So, seid gegrüßt. Ja, heute zeige ich euch mal ein ganz kurzes Video nochmal zu dem System von PiCraft. Ich wollte euch einmal demonstrieren, wie leicht es ist, das System auszuwechseln an einen anderen Köder zu montieren. Ja, das spart ja Material und auch Geld. Ja, schaut es euch mal an. Bis später. Hier zu sehen das komplette Stinger Rig. Ganz vorne der Single Stinger mit dem ovalen Sprengring. Dahinter das Stahlverfach. Das hat 80 Lips, ca. 36 Kilo Tragkraft. Die Wechselbleie gibt es in 5, in 10, in 15, in 20, in 30 und in 40 Gramm. Und zum Abschluss zeige ich euch hier noch den Single Stinger. Für alle diejenigen, die gerne auch mal nur einen Drilling am Köder fischen, vor allem wenn es kleinere Köder-Modelle sind, ist dieser Stinger einfach perfekt. Ja, wie ihr gesehen habt, es ist alles keine Zauberei. Das Auswechseln des Stinger-Systems von PiCraft geht in Windeseile. Ja, ihr spart euch dadurch viel Material. Ihr habt eure Köder unmontiert dabei und montiert einfach den Stinger um und weiter geht's. So, das war's dann für heute. Ich verabschiede mich. Macht's gut. Ciao, euer Nico.